Hallo liebe alle, willkommen zu meiner Neujahrsverlosung. Ich habe mir hier ganz spontan entschlossen, diese Neujahrskarte, die ich gemalt habe am Silvestertag, unter euch Teilnehmern zu verlosen. Die Neuen an der Zahl haben mitgemacht. Und wir machen sie jetzt ganz kurz und schmerzlos und losen den Gewinner oder die Gewinnerin aus. Dafür bediene ich mich wieder unserer Atelierwüterin Malaika, die das Ganze hoffentlich wieder mit ein paar Show-Einlagen begleitet. Malaika, komm mal hin. Prima. Bitte sitz. Machst du uns noch? Bitte sitz. So können die Leute das nicht sehen. So, komm mal kommen. Super machst du das. Prima. So, jetzt pass auf, jetzt wird es ernst. Malaika, gehst du bitte aufs Sofa? Hopp. Ne, noch ist es nicht. Erst aufs Sofa bitte. Prima. Das hast du wohl gemacht. So. Wir sind mit dem neuen Pinsel. Hopp. Jeweils die Teilnehmernamen draufgeschrieben haben. Hier kommt so ein kleiner Zettel. Am Ende des Videos seht ihr auch noch, wie die Pinsel aussehen und das tatsächlich alle Namen draufstehen. Die lasse ich jetzt mal in die Kükenbüste hier in die Gegend und hoffe, dass mein Hund sparsam abortiert hat und sich einfach davon auswirkt. So. Gemischt. So, Malaika, bist du bereit? Pass mal auf. Schau. Ein. 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 Ach, sieh. So. Gewinnerin ist Gabi Haag. Das hast du toll gemacht. Schau. Dankeschön. So, hier nochmal näher in die Kamera, damit man es auch sieht. Liebe Gabi Haag, ich werde mich mit dir in Verbindung setzen, damit ich deine Adresse rausfinde und ich dir deine Neuerskarte zuschicken kann. Erstmal an alle vielen Dank fürs Mitspielen und nicht traurig sein. Vor dem Gewinnspiel ist nach dem Gewinnspiel und umgekehrt. Gebt sicher bald wieder eins. Ich wünsche euch ein tolles 2015. Tschüss. Eure Radtex. Gebt sicher bald wieder eins. Vielen Dank.